Hi Leute, M&M Tube hier. Heute sind wir unterwegs mit ganz vielen anderen YouTubern, die wir kennengelernt haben, die auch Lost Places machen und wir sind jetzt zusammen an einem alten Krugenschacht, aber wissen noch nicht wirklich, wo es reingehen soll. Es ist auch jetzt ziemlich dunkel. Wir schauen es hier eigentlich hauptsächlich nur mal um, aber es sieht schon mal cool aus. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Irgendwelche Becken oder so. Und in der Ferne hat man auch schon den Schacht gesehen, aber allerdings ist es jetzt zu dunkel dafür. Ist das eine Tarante? Egal wie groß die ist. Kann man nicht mit dem Stock wegmachen. So rum die, gestreift. Warum gehen wir nicht über den Haupteingang? Das hier ist irgendein Becken, ha? Ja, da runter geht es in so einen Tunnel. In einen Tunnel? Übrigens, die Links zu den Kanälen bzw. zu dem Kanal der anderen ist später in der Beschreibung zu sehen. Und Leute, abonnieren! Bis zum nächsten Mal! 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 Tschüss! tempted Das ist ganz hohe Sicht! Das ist echt eine coole Aussicht! Ist das noch so hoch? So, hier gehts nun mal weiter! Hier ist die Treppe ab. Leider. Hier waren wir die Seile drin. Super geil. So jetzt macht ziemlich hoch. Ja oben ist die Treppe weg. So wir gehen wieder runter. Ja hier im Dunkeln ist es nicht wirklich was zu sehen. Aber trotzdem mal cool. Wieder mal einen neuen Lost Place entdeckt. Das ist zwar nichts großartiges aber kann man sich mal angucken. Hier steht auch noch so ein Teil. Das sein soll wahrscheinlich ein Schacht der schräg runter geht. Der geht hier schräg in die Erde rein. Das ist ein Schrägschacht. Sieht mal ganz so aus. Hier ist noch eine Tür aber es ist alles verschlossen. Ich denke aber hier geht es auch irgendwie in so einen schrägen Grubenschacht. Da hängen noch Sicherungen. Aber keine mehr drin. Naja alles zu. So jetzt suchen wir mal hier einen Weg raus. Hoffentlich finden wir den nach. Ansonsten müssen wir nämlich wieder ganz außen rum. Das war wirklich sehr sehr weit eigentlich. Wie sieht es aus? Hier ist das Tor. Super. Das ist perfekt. Hier kommen wir rüber.